Bayern 3 Da seht euch Bayern 3. Fans rund um die Welt. Wir grüßen Australien, China, Afrika, alle. Alle sind scheiße! Mit Bayern 3 und dem FC Bayern werden Fanträume wahr. 30 Gewinner durften mit dem Original-FC Bayern-Bus ins Münchner Stadion fahren. Und dann kam er wirklich. Franck Ribéry Die Fans konnten ihr Glück kaum fassen. Der FC Bayern-Star begrüßte jeden persönlich per Handschlag. Noch schnell ein Gruppenfoto fürs Fanalbum mit allen, mit den Bayern 3-Gewinnern und schon ging's los Richtung Stadion. Wir begrüßen unseren zugestiegenen Fahrgast, Franck Ribéry! Franck Ribéry! Franck Ribéry! Franck Ribéry! Sehr gut! Wann können Sie wieder spielen? Ich hoffe noch vielleicht drei Wochen. Gefällt es Ihnen beim FC Bayern? Ja, ich gefällt natürlich. Nach dem ersten Kennenlernen gab es auch gleich die ersten Autogramme für den Fan-Nachwuchs. Franck Ribéry machte das mit links. Nachdem die ersten harten journalistischen Fragen gestellt sind, brauche ich natürlich noch einen anderen Reporter. Keine Angst, Franck, ich bin ganz breif. In welchem Stadion spielst du am liebsten? Ich liebe den Stadion Bayern, weil es wirklich schön ist. Es ist moderne, es ist klasse. Es ist ein großer Club und es ist unglaublich, in diesem Stadion zu spielen. Das moderne Stadion in München, der Allianz Arena, finde ich einfach richtig klasse. Es ist wirklich fantastisch. Habt ihr eine Putzfrau oder putzt ihr selber? Mach's mal ich. Dann durften endlich die großen Fans ihre Autogramme holen. Die Fahrt im FC Bayern-Bus ging leider viel zu schnell vorüber. Vielen Dank nochmal, tschüss. Wir waren im Namen aller Hörer. Vielen Dank nochmal, tschüss. Siegessicher gingen die Gewinner direkt ins Stadion. Wie war's? Super, gigantisch, das ist der absolute Hammer. Die Atmosphäre, das ist einfach gigantisch, wenn man so eine Persönlichkeit wirklich sieht. Der hat geschaut, als er dich gesehen hat. Schon, schon, der war ein bisschen, ich sag mal ein bisschen Angst erfüllt, hat er zuerst geschaut. Aber nur hat er gemerkt, dass ich ganz so brav bin, der hat schon passt. Gegen so einen Verteidiger hat er glaube ich noch nicht gespielt. Wie groß bist du, wie schwer? Du überwischst mich nicht. Zwei Meter, fünf Meter groß. Und über das Gewicht reden wir nicht. Nein, da reden wir nicht drüber. Insgesamt das Gefühl im Bayern-Bus. Super, Stimmung. Bayern 3 Team, einwandfrei.